es ist so süß und toll willkommen inzwischen ist er dir aber wieder größer geworden kann das ein bisschen ja naja naja warte ich schlage aber ich kann nicht schlagen hm hier ist wohl das dürfte waldmännisch schnell nie schnell nie setz sie aus was machst du denn sie haben offenbar schon lange keine menschen mehr gesehen weißt du konntest sie nicht verstehen das war die sprache der männisch kein wundern dass du nichts verstehst ich habe auch kaum etwas verstanden weil sie einen eigenen dialekt haben ja irgendeiner hier würde uns schon verstehen suchen wir ihn kann aus ja nicht und ja nicht und ja nicht und ich bin ja es ist traurig geist und kree und willkommen zurück atom traurig ja pikasha willkommen in otaro schön schön oh du bist ein mensch es ist lange her dass ein mensch hier war ich verstehe eure sprache mein name ist fester der priester und ich wache über den schrein hinter mir du scheinst probleme zu haben da du unsere sprache nicht verstehst südlich von hier ist ein fasshaus dort gibt es eine quatschbirne wenn du die quatschbirne ist kannst du unsere sprache sprechen wie wünsche ich mir das in japanisch und so hier ist eine birne damit kannst du diese sprache nam 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 dann würde ich sogar freiwillig eine birne essen ja ich mag bin ich so das ist richtig verkackt Oh, Kindchen. Oh, Kindchen, das ist die Kurzspirne von der Feste erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Oh, 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 oh. Du hast also die Kurzspirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mal versehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Pika! Passiert nichts. Mal jetzt. In der Stadt Hyrule leben auch viele Männchen. ich gebe eine freundin die stadt besuchen wir männer schlehmann verschienen ohne ganze heilung ist so der coole du hast die quatsch spiele gegessen scheiße ich wollte eigentlich noch aufbewahren über das schwert weiß ich nichts älteste weiß bestimmt mehr also wie wechselt link immer und ist zu wissen zwischen deutsch rückwärts und deutsch normal will ich auch können das ist rückwärts hier gibt das zwar nichts aber bitte bleibt doch und rot euch aus nein 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 vielen dank aber für die neile mein name ist es und das ist loki wir müssen prozess und seldo vom fluch des hexen meistens freien wir wollen das verbrochene schwert der männliche reparieren lassen auch so ist das ihr seid gekommen um das schwert reparieren zu lassen und das herrschwert zu erschaffen braucht ihr die vier elemente die elemente enthalten die energie dieser wild in konzentrierter form wenn man diese kraft auf das schwert übertragte wird es das heilige schwert ich kann euch sagen wo sich die elemente befinden eine wieso schon wie zumindest das erdelement ist im schrein nördlich vom haus der priesters priester fester wird euch sagen wie ihr zum schreien kommt im schrein wohnen inzwischen ungeheuer deshalb gebt acht wenn ihr das erdelement gefunden habt kommt wieder hierher zu mir okay danke atom was sagst du wolltest die ein ollie vorstieg für die sprechen wir rückwärts stimmt oh ja ist okay du willst zum schreien bitte hier entlang pass gut auf den ort dort hausen und ungeheuer da ist das gefährlich und ab hier wo das intro vorbei ist übergebe ich dir ja danke ich durfte ja jetzt spiel und herzteil und kleiner tempel und ich mache hier einen weg weil ihr nicht übersetzt ja was tust du b b b ach so wollte speichern das war nicht bewusst ich wollte nicht wollte rollen jiki gg kein herzteil hier ist also der bald schreien hier soll ein monster leben was ist das zöger nicht ich bin ja behältiger na gut dann gehe ich ihm vor nein warte wir gehen zusammen ja und das kopf den der der Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir bekommen... Den Bogen. Nein, wir bekommen unsere Laufblase. Genau, die Laufblase-Dings. Ah. Ich muss sogar sagen, was soll ich hier machen? Puff, puff. Oh, es wird helllaufen. Ich finde es schön, dass hier so Blätter sind. So, dass man zeigt, ja, wir sind winzig. Mhm. Schön. Ja, wir haben so einen ersten kleinen Schlüssel. Yes. Okay. Na, na, eine verschlossene Tür. Wo ist sie offen? Püsterchen. Ne, Püsterreich. Püsterich. Oh. Und dann Püsterich bekommen wir, genau. Die Schnecken sind toll. Der hat einen Rubin ausgekackt. Kann man diesen Himmel vielleicht herausziehen? Okay, um den Himmel zu greifen. Du musst überwürgen, um zu ziehen. Ich vergesse immer, dass er Püster... Ich plümmen muss. Äh, was soll ich hier mit... Achso, warte. Püsterich. Ey. Äh. Nein, ich sag nichts. Genau. Das ist so cool einfach nur. Diese Idee, dass du einen Pilz so lang ziehst, dass er dich rüberwobbelt. Ich find das so toll. Ich spiel so schön. Püsterich. Gesundheit. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh ja. Oh nein, was bist du? Moment, was? Warum gibt es Mini-Rubine? Das ist ja ein riesiges Fass. Also, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß. Wir sind so klein. Oh, oh. Was haben wir gesagt? Oh. Bless you, Lore. Von Atom. Ja, geh. Guck rein, gehst. Ah, ich kann es noch nicht gehen. Das kann ich bestimmt wieder drehen. Ich hab hier raus. Bis. Okay. Hm. Hashtag Wobble. Nein, das wird schon nur... Das war ein Spiel, was du nie selbst gespielt hast, ne? Nur bei dir ein bisschen. Und wie gesagt, ich hab ein bisschen von gesehen. Ich glaub... Was heißt ein bisschen? Du hast nicht mal das Intro komplett gespielt gehabt. Also, nee, ich mein... Ich hab so gesagt, ich hab ein bisschen von gesehen. Ich kenn, glaub ich, den ersten Tempel kenn ich komplett. Und den zweiten kenn ich, glaub ich, auch noch ein bisschen. Okay. Den kenn ich sogar noch. Auch wenn meine Erinnerungen davon sehr schwach sind. Yay. Was heißt es? Vielleicht werden die überhaupt irgendwas machen? Boah, sie tun mir weh. Natürlich tun die dir weh. Hier. Huh, kennt ihr? Das Wasser hat sich bewegt. Hashtag Moshwum13. Oh, da kann ich aber nicht glauben. Oh, da war da wirklich... Oh, da war das. Du kannst nur durch öffnen Türen. Ich bin mit der Tür falsch. Ah, okay. 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 Okay, warte. Hä? Ich glaub gar nicht, wenn ich das jetzt... Ah, da. Nein! Da hast du wohl verkackt. Nein! Äh, nur hier dann. Okay. Diese Dinger sind so niedlich. Spinner. Spinner. Ja, 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 ja. Oh, was? Kann ich das wegschieben? Man kann solche Dinge meistens so in eine Richtung schieben. Ja, weiß ich von allen. Oh, das kann ich zumindest nicht in eine Beine. Okay. Muss ich denn nach hinten, bin ich. Ey. Richtig durch. Ah. Wie komisch denn mit er als aufheben muss? Ja. Und mit eröffnen. Dungeon Cards erhalten. Oh, in der großen Giste. Mhm. Damals war es noch was besonderes. Rät befindest. Wähler ein Stock, was aus wird. Aber gab's... Ist der Kompass auch unbegriffen? Nie, oder? Ich glaube doch. Wenn wir doch nur etwas hätten, was man auf die Scheiß stehlen könnte. Das ist ein Vieh. Wahrscheinlich ein Käfer. Willst du abstillen? Nein. Aua. Ah, da kann ich doch drauf gehen. Ich will einen Stein mitnehmen. Aber jetzt habe ich... Warum ist hier so eine Spur? Ich frage dich eher mal, warum auf der anderen Seite mal nichts ist. Ist nichts. Hier sollte was sein, oder? Ja. Da kommt noch was in mir. Muss ich hier auf den Tor schon hin? Denke ich ja. Machen wir die Dungeon-Karte auf. Mit welchem? Start. Start. Und jetzt R. Ja. Ja. Das geht ja noch nach oben. Das geht ja noch mal.